Oh, Treppe hoch. Oh Gott, da hat schon jemand freundlicherweise das Gitarre ausgenommen. Okay, das ist der Turm. Ich bin nicht mehr bei. Danke für die Info, Schlaumeier. Ke, obvious. Ja, nicht nach unten sehen, äh, gern in die Wand, so. Einen Fuß vor den anderen setzen. Ja, bleib du mal ganz ruhig. Hör auf. Hab dich, hab dich. Du hast zugenommen, Mann. Zum Glück sieht er nicht das abgeknickte Rohr und hat noch nicht das Geräusch des Rohrs gehört. Okay. Okay, das schaffe ich. Ja. Nochmal. Du bist du. Okay. So, rechts und ans Gitarre. Ja, warum beruhigt mich das denn nicht, dass er direkt hinter mir ist? Genau, nein, da oben. Ja, genau. Da ist einer über dir, über dir. Oh, oh. Äh, ja, hat er nicht grad noch gesagt? Äh, er möchte niemanden töten? Ah, er hat ihn ins Wasser geschmissen. Okay, 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 ist ja gut. Ich hab nichts gesagt. So, wir sind auf dem Dach. Der Meister ist erhoffen. Dann machen wir uns mal an den Tour. Ja, großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Ich sehe sie ja. Freundlicherweise tragen die alle weiße Hemden und fallen dann natürlich mehr auf als du gerade eben. Das war knapp. Und da haben wir noch eine Wache. Ah, wo muss man denn jetzt lang? Das ist ein Harry. Ach, der ist schon. Das frage ich nicht mehr. Überraschung. Schlafen bei der Arbeit ist nicht gut. Ach, Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Ach, braves Mädchen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Schnapp die Lampe. Operation. Schnapp die Lampe. Okay. Alles klar. Ladies first. Haha, nett. Auf geht's. Da ist es. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Na, das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Oh. Der geht gut mit seinen Sachen. Oh. Stofffetzt. Aber hallo. Das Licht des großen Kahn. Kahn. Warte mal. Da muss ja nicht überall ein Sound rein. Was ist denn da? Das ist Harz. Es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Natürlich. Äh, ich meine natürlich. Of course. Wow. Lass sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte es sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambala. Der Fluch von Shintamani. Und das sagt ihr was? Shambala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo fand Shambala. Shangri-La. Was ist das? Wenn sie den Shintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komm ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Ihr trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich hab jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und willst du mich jetzt erschießen? Ja. Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist. Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Hahahaha. Das sagt ein Greenhorn wie er. Das war's für dich. Äh, äh, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Ach. Warte. Irgendwann krieg ich den. Da kannst du was erleben! Dann muss man erst mal sehen, dass wir hier... Oh, oh, oh. Ein Longslide mit Laservisier. ... Oh, shit. Komm, 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 komm. Ach. Shit, shit, shit. Komm schon, Bewegung. Mist. Okay, okay. Denk nach, ne, denk nach. Äh, shit, shit, shit. Wo geht's denn jetzt nochmal lang, verdammt? Ah, das Fenster. Das Fenster, das Fenster. Komm schon. Oh, der Gulli-Deckel. Und, warte, 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 warte. Immer der Nase nach, immer straight on. Okay, konzentrier dich, ne, konzentrier dich. Ui, und der Katznel! Oh, ne, küsst ihr, ist nicht gestillt. Die kam nicht hier bloß aus. Was ist schon hier? Kanalisation da! Bitte. Geht drauf. Ich muss zur Leiter. Oh, oder da! Ah, ja, die Leiter. Ha, 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 ha. Hoch und hoch. Ist alles gezeichnet. Boah, das wär geschmeckt. Oder auch nicht. Bledig? Bledig? Hehehehe.